Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTA mit Darlucat, Glocke, Robbe, Julie, Kapuze, Konran, Maron, Schneels, Payne, Xleer und Eidems. Wer sind Team Gurke? Ich, ich, Team Gurke. Ich bin der einzige Semp, der so was ich hab allein heute. Gib euch mal den Semp. Und Team Gurken greift an. Ja, ja. Los, Team Gurke. Schau mal, rechts, rechts, Alter. Ich mag sie. Alle rechts, alle links. Das ist groß. Kunran ist verschimmelig. Kunran ist schimmelig. Das ist ja voll geil. Los, Gurke. Zusammen. Okay. Ich hab's erschreckt. Schnappt euch den Senf. Hier. Oh, ich hab's frei gleichzeitig. Anik, rum. Mach, mach nicht. Jetzt auf den Senf. Wie hast du den Raketenantrieb angewandt, Alex? Du bist ja mit 300 Sachen geradeaus. Irgendjemand ist unter mir gewesen auf einmal. Kunran, du Kerle. Eidems. Welcher Feind ist da vorne? Äh, Flocke. Löffel. Ja, auch Senf. Nein. Ich komm hier nicht hoch. Team Mayo. Team Mayo ist da vorne. Aber warte, Ketchup, hilf mir. Bitte. Wer mag denn schon Gurken, ja? Keiner mag es. Team Gurke. Ketchup und Mayo sind doch fein, ey. Nein. Nein, nein, nein. Ketchup und Mayo gehen super zusammen. Ja, für mich. 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 Ich bin hier mit ganz viel Senf. Nee, Mayo. Ui. Alter. Ich hab überhaupt nichts gemacht. Okay, ja. Ich wechsel nicht die Bahn. Die Gurken müssen wieder angreifen. Los. Juli, wir sind in einem Team. Was ist Anna eigentlich einordnen? Ja. Das ist ein Hör. Ich bin, ich bin der Schlitzer Streusel. Hat Nils gesagt. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Oh. Meiner. Ich glaube, das Ding kommt nicht im Kopf vor. Nils, was du gesagt hast, warst bestimmt gemein. Ja, war's auch. Was hat die jetzt schon wieder gesagt? Was hat die jetzt schon wieder gesagt? Was hat die jetzt schon wieder gesagt? Es war eine Anführung auf ihre Farbe. Schön. Ihr seid vor mir. Ich hab den Checkpoint verstanden. Ja, hier. Nimm das. Okay, eine Gurke ist raus. Los Kapuze, häng dich rein. Los Team Gurke. Häng dich ran. Mach noch was. Du musst doch. Ah, ich hab dich gut gemacht. Mann, was soll das? Team Pink desinkt sich. Team Pink wird nicht weg. Sehr schön. Warum? Was ist denn hier los? Das war ein D-Sink. Das ist ja passiert. Das war ein D-Sink. Oh! Oh mein Gott, echt. Was ist da passiert? Was ist da passiert? Ich versteh's auch nicht. Warum hast du das gemacht? Das war ein D-Sink. Ihr habt in die gleiche Richtung gelenkt. Ich hab nichts gemacht. Du bist mir doch gut reingepflegt. Nein, das sah nur so aus. Ihr habt euch beide gegenseitig ran. Das war ein D-Sink. D-Sink. Das passiert doch beim Motorrad super oft. Noch nie gehabt. Tausendmal schon. Nee. Nee. Da warst du auch schon dabei. Das Problem hatte ich nicht. Joli! Da braucht man sich 100 Euro bezahlt, dafür dass das Spiel nicht mehr Early Access ist, wüsste. Wie geht's nicht passiert? Jetzt hau mal Team Gurke, hau mal noch einen raus da. Ich hab irgendeine Gurke gerade gerammt. Nein! Oh! Du musst die anderen ran. Weg, Potter. Ich bin aber keine Gurke. Komm her, wer ist das? Doch, du bist ne Gurke. Du bist nur mit mehr, der ist eigentlich. Der verschimmelte Gurke. Das war ein Weibersprung, ja. Wer ist das hier? Angreifen! Wie ein kleines Pferd. Angreifen! Mit Pony. Kleine Pferde sind... Hey, was gibt's denn ne Handfarbe? Da ist rechts von links. Rechts, Anne. Der Senf ist wieder da. Ich bin Bigs, back in Business. Der Anstrengel ist... Ah, danke, komm dran. Nein! Alter! Bei mir haben sie den voll weggehauen, Nils. Ich würd' sagen Team Mayo ist ganz froh. Ich hab dich aber seitlich gerammt jetzt. Ja, aber das hat sie trotzdem so schräg nach vorne gebotst. An den anderen vorbei auch noch. Die Mayo ist auf jeden Fall vorne. Kriege ich noch nen Punkt? Ja, ne? Ja. Ja. Was bist denn du für ne Ketchup-Go-Gang? Das ist nicht von oben voll lustig, was denn da passiert da du. Ich fahr noch ne Runde. Tarnfarbe. Jetzt läuft die Zeit ab. Oh. Oh. Ja. Ja. Die Frage, ist der Burger jetzt gesund oder nicht? Der Sörger? Ja, die Gurke hat ja nach hinten geschoben. Komm mal auf, Leute. Ketchup. Ketchup hat auf jeden Fall gewonnen. Naja, okay. Was kam dann nach? Scheiße. Ketchup. Ketchup mach ich immer. Sehen wir mal. Ketchup-Gurke? Frontenranisse-Gurke. Juhu. Keiner mag Gurke. Ja. Ketchup, äh, Senf ist in der Mitte, so muss das sein, ja? War ne Neon-Gurke, vielleicht. Radioaktiv. Kein gutes Geld. Radioaktiv. 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 Ich hab nicht extra... Ich strahl ne Katze. Wolltest du noch weiter? Er ist schwach zu einer Spreeballkatze. Nein. So, wir haben jetzt noch die Bestbewerteste dieser Strecken. Ich bin gespannt. 66%, okay. Das ist dir immer noch die Bestbewerteste dieser Strecken. Wir fahren immer gern, ne? Fair, ja. Ohne Rammen. Ohne Rammen, Alex, ja. Wer nicht schuld ist, Rammen ist das Böse. Ich nehm mal hier... Ich nehm das rote Auto in Geld. Ehm... Doof ist das. Es gibt eine Lackierung. Reiche sie, Lorter. Oh, die sieht geil aus. Ich bin wieder 69. Oh, was hab ich getan? Oh, die gibt's auch Mist. Och, dammit. Ich hab jetzt... Da ist sogar ein Dildo von der drauf. Ich hab hier einen echt freundlichen Wagen genommen, Kapuza. Das bin nicht Ram. Ich glaube nicht. Ich bin der Regenbogenfahrer. Was hast du denn genommen? Regenbogenfahrer. Oh, das ist aber schön. Scheiß, fair fahren nicht Ram, ne? Ja, fair fahren. Das heißt, sie erst fahren. Aber schon, oder? Das heißt, sie erst fahren. Leute, die hatten wir doch schon, die Sprecher. Die hatten wir schon. Ja, das ist cool. Die hatten wir schon. Die hatten wir doch nicht. Die ist jetzt andersrum. Die hatten wir schon. Dann sind wir wirklich durch. Die hatten wir schon. Oh, schade. Dann sind wir durch. Die waren auch echt gut. Alles klar, Anne. Nun, wir sind hier wieder. Und damit ist das Rennen vorbei. Oh, oh, weiw. Wir sind hier richtig. Es sind hier auch schon. Nein, Darlug, du kannst aufhören. Ja,cartel, du kannst aufhören. Ich kenn so. Ich kenn so. Ich kenn das nicht mehr. Und damit gibt Alex an. Denkst du mal schneller. Oh, oh. Da ist einer abgegangen, ey. Was ist das denn? Was geht mit dem vor dir? Was ist das denn? Komm ran! Ich musste da runter. Ja, du hast doch voll nach links gezogen. An den Liebsein! Jesus, ich von nicht, nein. Oh, oh, oh. Ich bin so lieb, wie es geht. Guck mal, ein Regenbogenauto. Okay, das heißt, insgesamt werden wir zwei Rennen von denen in der ganzen Session. Und das geht ja eigentlich noch. Also, es kommt noch ein eigentlich. Aber wir haben alle. Jaja, aber wir hatten ja jetzt trotzdem alle. Ich dachte, die letzten beiden hatten wir noch nicht. Keine Ahnung, der Luftzug hab ich herangezogen oder so. Aber das Wind ist nicht, die ist gar nicht schlecht. Die schlechteste Strecke der Welt, ey. Nee, die find ich nicht schlecht. Ich hab den Shakepoint da oben nicht gekriegt. Du musst doch ruhig fahren. Ich bin drüber geflogen. Ja, das ist schlecht. Ja, das ist schlecht. Ja, das ist schlecht. Dann kannst du mal nie dann rüberflogen. Komm an! Oh! Das ist letztes Mal auch bei der Strecke schon passiert. Deswegen hab ich nicht mehr ins Ende gespielt, weil ich schlecht war. Bitte, bitte, bitte. Da steht ein hier. Der Fuze steht hier. Weezo News. Ich bin 69, guck mal auf meine Mutterhaube. Oh, alle Mutterhaube. Oh, was passiert hier? Oh, oh, oh. Julie, alter. Was war das denn? Es ist voll komisch. Ich itemst auch auf einmal in die Luft geflogen. Hä? Hey. Nein, das kann man provozieren. Ich mach das mit Absicht. Hey, wie machst du das? Jukate! Anne, ich bin dir dicht auf den Fersen. Ja, du darfst mich gerne noch. Bleib unten! Bleib unten! Schubst Mario nicht rechts rüber. Ich fahr schon so weit, wie wir hier unten. Mario ist auf der falschen Seite. Pass, pass! Ich muss nach links, Konrad. Muss ich auch noch bremsen für Flocken. Ich brem aber auch für Flocken. Ja, und gekillt! Und wieder Anne. Extra gebremst, um sich dahinter zu setzen. Um dann in der Luft zuzuschlagen. Und auch mich mitzuholen dabei. Wie würde man hier drüber fliegen? Ja, mir gehts noch gut. Ah, mir gedreht, mir gedreht. Vorsicht vor mich. Oh, wer ist denn da unten? Der fährt jetzt wieder mit. Ich fahr wieder mit, ich hab meine Pizza. Jetzt bin ich wieder da. Tu einfach so, als wenn du in unserer Runde wärst. Genau. Du bist fünfter Kapuze. Nur damit du Bescheid wirst. Nein! Hä, Kapuze, was hab ich gemacht? Ja, Karma, Alter. Kapuze, jetzt bist du 8 da. Okay, okay. Oh Gott! Oh Gott! Ja, ja, ja. Da ist Mist da vorne. Candy Boots. Die Candy Boots. Ah, Judy ist hier. Hui! Oh Gott! Oh oh! Okay, auf dem Kunar mich so gekehlt hat, ja. Nachdem du mir keinen Platz gelassen hast. Ja! Ja, alles klar. Und du hast auch keinen Teil raus. Hoffentlich kein Windschatt. Oh Gott, ich bin Windschatt von Damo. Ja, ja, ja. Aber jetzt hab ich keinem. Es geht. Wo willst du fahren? Du musst aber vor... sag vorher. Ich kann mir da hinweg kommen. Ich warte, ich warte, der Windschatt einfach ab. Du, du musst die Linke nehmen. Hane! 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 Warte! Oh oh! Ganz klar. Ich hab's doch gesehen, gut. Okay, warte, jetzt hab's mal rüber vorne auf die Aas gesteckt. Okay, warte, jetzt hab's mal rüber vorne auf die Aas gesteckt. Ich bin zu eng, weil... Fällt halt kaum ab. Ich krieg den Checkpoint hin. Julie! Ich bin zu eng. Ich bin zu eng. Vielleicht. Vielleicht doch nicht. Ah, komm schon. Du lügenwoll. Wieso vielleicht? Das hat ja nicht... Was? Oh doch, vielleicht ist ja auch vielleicht genug. Was? Ich war hier links, okay Julie? Tschüss. Okay. Ich hab keine Ahnung. Meine Runde... Warte, 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 warte. Hallo! Wodka, wodka, eh. 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 Was wird das, Paint? Das macht das. Was? Ich bin in der... Eine Ammlänge ab. Harte! Harte! Oh, nicht schon bald! Dreh ich, Dreh ich! Dreh ich! Dreh ich! Dreh ich! Ich hol dichfang mal drauf Kopf manos auf somit? Dann ist ja noch bald... Ich fahr schon mal nach oben... Das ist ein richtiger Train-Stunt. Fat. Er kann mir nicht runter? Oh, 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 oh. Ja, oh, 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 oh Oh, oh, oh. Los, was? oh, 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 oh. Das war'n schönes... Ist das so, das so하지? Oh, Tana! Ey, D 팀el und das war' vom Volen, ne? Ich hab's Autoело, Schaffst du, isolated Tage gemacht. Na dann, eine Runde reinigen... Ich hab' grad Давай Ruden gebraucht, rundherst von 5 vorRIS von vorne zu fahren. Die Abstände sind perfekt, hast du. Vertrau. Ich hab drei Rückgewandungen von 5 um 1 zu fahren. Naja, das passiert eigentlich noch immer noch zu sehen. So hast du viele Booster auf der Strecke. Und sonst irgendwann? Ja, mir gefällt's dir ganz gut. Ich hab mich jetzt extra zurückgesetzt, um das dazu zu beweisen. Ja, du bist immer noch drei Kilometer vor mir. Nein, ich bin hinter dir. Ich bin neunter. Nein, das ist nicht richtig. Und welcher Platz warst du? Vor dem Zurücksetzen? Kapuze holt auf. Ja, genau. Ja, weil der zwölfter bist du holst die Stelle auf. Also jetzt bin ich erster. Oh, Kapuze führt. Kapuze ist in Führung. Ich bin dabei. Ja, weil Kapuze wird aufgehört. Das dauert noch 100 Jahre, bis wir da hinten sind. Letzte Runde. Ja, ich bin da, ich bin da. Sehr gut. Oh, shit. Oh, shit. Das Ding kannst du aber nicht explodieren. Ich hab jetzt vier gebraucht, um von letzter auf, was bin ich, sechs zu formen. Okay. Gut set. Und den einzigen Vorteil, den wir haben, ist, dass so viele Leute rechts fahren. Durch die Röhre. Ich vergesse es immer, ich vergesse es immer, dass ich hinten dran bin. Ja, ich... Hatte Angst, dass ich da irgendwen ramme. Aber ist da vielleicht ein Booster mehr rechts drin? Ja, schon, aber du holst da echt auf. Rechts ist gar kein Booster. Doch, links sind auch Booster. Einer am Anfang. Drei Stück. Und dritten, nein. Da bin ich gerade durchgefahren. Ja. Auf der Strecke abgekommen, ja. So, und ab hier hinten passiert aber nichts mehr. Seinste, was ich jetzt machen muss, ist, musst du Kund dann rüber und hoffen, wenn ich noch mal seinen Windschatten kriege. Ja. Stompid, Kund dran. Ja, komm. Ja, komm. Ja, ich lass die links raus. Leider, du hättest drauf fahren können, weil jetzt bin ich vor dir. Ey, yo, guys. Nice. Das ist die 69. Jetzt musst du ganz links fahren. Dann hast du noch eine Chance. Ich versuch. Und jetzt nimm mal einen Windschatten. Ich versuch. Los, guck mal. Ich bin so leider nicht dran. Ich bin so leider nicht dran. Ich hab jetzt den Windschatten von Alex. Oh nein. So weit hinten bin ich. Oh nein. Du machst hier wieder den Kapuzen-Move, ey. Flockhaft ge-sealed, ja? Gerammt. Ja. Du hast mich irgendwie hinter einer Ecke erwischt, leider. Das kommt bis drüber nach unten. Ich hab noch mal ein Wutzi-Wutzi. Also ich hab nicht rumgefunden, um mich quer vor dir zu stehen, ja? Na doch. Guck mal, Kapuze parkt in die Tiefgarage einen rückwärts. Ja, dann, wenn's regnet, ist's mir egal, ja. Ich bin ja noch mal die Möglichkeit auf dem Wutzi. Guck mal, ganz schön dreckig, dein Auto, ne? Immer schön schön. Ja, echt mal. Das Auto, ja. Guck dich mal an, Junge. Guck dich mal an, Junge, oder? Bei mir steht, ich werde dritter geworden. Never. Ich bin zweiter. Bissar auch nicht, ey. Die NM. Erster. Bissar. Bissar auch eindeutig Erster. Oh, die Rennen sind so schlimm. Mini, Mami, die Rennen sind so schlimm. Ich möchte gern die Badstraße kaufen. Das ist Mr. Monopoly im Klug Klugs-Klan wahrscheinlich. Klug Klug. Klug Klug. Da ist es ja alle ganz klar. Klug. Enne kein Klug Klug. Ja, Leute, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Aufnahme. Schaut bei den anderen vorbei. Tschüss